Die Vorrunde ist jetzt vorbei. Ich denke, alles in allem haben wir eine gute Vorrunde gespielt. Vor allem mit dem letzten Spiel gegen Kroatien können wir stolz auf uns sein. Das müssen wir auf der Leistung aufbauen. Wir haben einen super Zusammenhalt in der Truppe. Das macht echt Spaß mit denen und jetzt wollen wir in der K.O.-Runde nochmal alles geben. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns die Daumen drückt. K.O.-Runde